Ein Mercedes-Benz B180 steht hier zum Verkauf. Die silberne Limousine ist fünftürig und bietet Platz für fünf Personen. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 8000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter, Bluetooth und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 109 PS an das Schaltgetriebe. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017